heute im emser bike park mit sabrina nach unserem kleinen family trip wollen wir uns das hier mal angucken wollen wir los und so ein kleines road cap ja da ist er und wir gehen klar das war cool top hau rein sauber ah nein was machst du ja das mein ich ja wohl das war 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 weiter ein schlag Nice oh, Alter, wir müssen zu schnell gaysen ah, shit, jetzt ist der Speed raus oh, Alter, so dumm oh, fuck, leider den abschnitt finde ich irgendwie nicht so nice ja 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 Was ist das? Wow. das war ja nur so. ja. vielleicht schaffst du es. vielleicht schaffst du es ja. vielleicht auch nicht. ja. der skinny hier. hast du es? alter. was für ein scheiß ding. hier geht es auch noch weiter. oder war es das jetzt? ne, da geht es noch weiter. canyon land. immer noch weiter. ja. canyon land. oh. alter shit. alles zugewachsen. jo. oh. oh. ah. 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 Ich hatte den Baum schon geschafft und du stehen bleibst.